Bist du Kochlehrling im 2. oder 3. Lehrjahr, dann nützt deine Chance und bewirb dich für Gusto 22. Ich habe dank dem Gusto sehr viele coole Leute gelernt und bin jetzt Mitglied der Juniorenkochnationalmannschaft. Wieso kannst du das nicht auch? Nützt deine Chance und bewirb dich! Ich wünsche dir viel Glück!